Alle Augen richteten sich auf ihn, und die Kummerfalten auf dem Gesicht des Königs glätteten sich. Mit hoffnungsvoller Stimme sagte er, »Habt ihr gehört? Er weiß etwas. Der halbe Untertan Jim Knopf hat das Wort.« »Ähm, könnte man nicht«, stieß Jim aufgeregt hervor, »könnt man nicht vielleicht Herrn Turtur nach Lummerland holen und als Leuchtturm benutzen? Er nimmt nur ganz wenig Platz weg, aber von Weitem sieht er aus wie der größte Turm. Wenn er sich nachts mit einer Lampe in der Hand auf den hohen Gipfel stellen würde, dann müsste man ihn von ganz weit weg schon sehen können. Und wohnen kann er ja vielleicht auf Neulummerland, wenn man ein kleines Haus für ihn hinbauen würde. Und dann müsste er auch nicht mehr so allein sein.« Einen Augenblick herrschte verblüfftes Schweigen. Dann sagte Lukas, »Jim, alter Junge, das ist ja eine ganz famose Idee.« »Es ist mehr als das«, erklärte Herr Ärmel mit erhobenem Zeigefinger, »es ist genial.« »Jedenfalls ist es der beste Plan«, sagte Lukas, »den ich jemals gehört habe.« Und er streckte Jim seine große schwarze Pranke hin. Jim schlug ein und sie schüttelten sich lachend die Hände. Die kleine Prinzessin fiel Jim vor Begeisterung um den Hals und gab ihm einen Kuss. Und Frau Was sagte immer wieder, wobei sie vor Stolz fast platzte, »Nein, dieser Junge, dieser Junge, was er nur immer für Ideen hat.« König Alfons hob die Hand, um Schweigen zu gebieten. Und als das Stimmengewirr verstummt war, sprach er feierlich, »Die Regierungskrise ist beendet.« »Hoch, hoch, hoch!« jubelte Herr Ärmel und schwenkte seinen Hut.